Gämm, ich bin ein Video. Hallo, ich bin ein Video. Hallo, ich bin ein Video. Hier sehen wir uns am Gaming Café. Vielleicht sehen wir uns einen, der wir sonst nicht sehen am Gaming Café. Per Zoffel. Hallo, ich bin nicht Gaming. Sorry, du bist gekommen. Ja, aber per Zoffel warst du hier. Ich hatte schon ein paar Jahre geboten. Und du bist so ein Dölpes. Ich verstehe das nicht. Das ist schon ein Material. Und dann, ja, das ist das Unabwalt. Das sind Heuer. Guck mal. Du findest den einzig guten Super Mario Kart. Den einzig besten Mario Kart. Guck mal. Moin Gaming Café. Moin Gaming Café. Hallo. Entschuldigung, ich bin bei einem Doktor gewischt. Ja, wir gehen noch mal in der Necke gucken. Also. Guck mal. Du hast doch noch mal gelang. Ich spiel auch noch mal gefallen. Guck mal. Geseichser. Da hat er Froh. Da hat er Froh. Da war's noch kein Spielverfinkt. Da muss er Färtspringen. Da muss er Färtspringen. Da muss er Färtspringen. Also wir sind da noch 2 Uhr. An 3 Uhr mal Da. Gitter hier in die Rockband Moian! Wtf, geht rein, geht rein! Ah, immer der Leitfrau! Keine Ahnung, ich spiele. Schreibt mal in die Kommentare und ich spiele raus. Bist nicht! Speicher! Moian! Moian! Sorry! Moian! Also und durchspielen sie gerade Dragonball-Manker-Sitz! Schreibt in die Kommentare! Das ist Dragonball, gell? Ja, boi! Ei, ei, ei! Das ist die Kanzel! Street Fighter, du! Ja, das Dragonball FighterZ! Du warst Dragonball FighterZ! Also und du, madame! Wirklich! Für Pippner wieder zucken! Wirklich! 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 Oh mein Gott! Wtf! Bis zum Schluss geht das? Nein! Nein! Ich muss... Viewtime! Was willst du auf YouTube? Viewtime! Ich will nicht mehr Views! Ich will da... Die ganze Scheissgucken! Du fang bis Ende! Und dann gucken! Wie gesagt! Einfach bis zum Schluss gucken! Beim Real Painter! Geht doch, wo wir gewonnen wird! Das wollen! Ich will kein Viewtime! Ich muss nur Spaß! Ja! Ich will nur mal Smash! Das üble Smash Camp! Warte Leute! Sieht doch! Hoi! Geht doch! Das ist mein Geburtstag! Schwer! Viel Glück für dein Geburtstag! Merci! Das glaube ich nicht! Geseiste! Auch heute im Gaming-Kauf hier kann ich Geburtstag feiern! Auch am Smash Camp! Schwer! Schwer! Nehmen wir einfach... Sieht doch! Wo ist dein Geburtstag? Komm da hin! Feier Geburtstag! Geh mir einen Kaffee! Woop woop! Gut! Und jetzt gehen wir sechs mehr spielen! Also, dann... Den Ding nachs Riva! Den Wunderschönen! Hier ist der Mario Kart! Und... Wetterframmelo mal Evo Matzge machen! Gell? So! Wie bist du aufgeschickt bei Mario Kart? Dritte Platz! Sehr schön! Wow! Wo ist das ein schönes? Ich kriege mein Bier! Nein! Weiss! Cool! Aber noch besser wie die Mini-T-Shirt in der Kaffee unter Platz! Cool! Nice! Hier habt ihr gewonnen bei... Mario Kart 8! Ja! Da sind wir schon bei Mario Kart! Aber das ist schon gut! Das ist schon gut! Das ist relativ Fahrzeugwannen! Ähm... Guck mal mal wie... Du kommst! Hast du vielleicht noch schön? Wollt ich sagen? Wollt mal schwatzen! Mit der Kamera! 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 Mit dem Band zu rocken! Und ja! Ah! Hi! Was hast du schon am nächsten Tag? Nein, es ist eine aktive Imagination. Ja, wie Aljohas. Oder Alkaia? Also, du willst uns fragen, dass gerade am Gang die zwei Britta gehen, die nehmen. Ob Blühen am Daut, wie verleihert sie denn? Musst du eben rausgeholt gehen? Guck mal an die zwei. Hör mal ein bisschen so ein Bild. Da sieht man, dass sie so gespannt sind. Wie ist es? Ja, das ist wirklich ein Kampf. Das ist ein Kampf. Das ist ein Blut. Das ist wirklich ein Kampf. Oh, du hast es einen Kampf. Es hat auch viele Boat-Games gemacht. Es hat Taboo und Sex gespielt. Uno, relativamente zu viel. Danke. Du hast es geschafft, aber ich habe mich nicht mehr gemacht. Es hat viel Spaß gemacht. Aber ich schreibe auf Nottingham, so ist es zu wenig gehen. Und noch jemand in der Gruppe. Boah geil, nicht gestalt, Respekt! Ja, also ich spiele gerade sechs. Natürlich ist es mega lustig. Wir spielen mit dort mega. Neue Gaming-Gabe. Neue Gaming-Café. Was ist das für Ghostbusters? Keine, sondern. Was? Das sind Ghostbusters. Das sind Ghostbusters. Ja. Und am Törtel gering. Wie auch so. Also. Kommen wir auf nach Sachen Törtel. Da wurde schon alles aufgebraucht. Du meinst T-Main-Titoy-Floberg? Ja. Der Wunsch nach. Schon noch genug. So mal so. Ich mein schon normal Törtel. Sondern ich denke, was war Clash the Month? Ne, oder zwei Mains. Ich habe schon den April Special gemacht. Ja. Aber jetzt kann ich noch ein Shredder Special machen. Und Casey Jones. Splinter. Und Usagi Eugenbo. Der Michelangelo Special. Leer Michelangelo. Ne. Ich meine Törtel zusammen. Ja. All Support Characters. Ich bin der Sebastian Törtel. Leonardo. Ne. Michelangelo Simplex. Also 50-50. Wie ich klang war Michelangelo. Ja. No Leonardo. Weil das ist mir cool. Ne. Das ist ein Schwert. Ja, das ist ein Schwert. Ja. Wir vergleichen mit allen anderen Waffen. Ja. Das ist lieber ein Schwertturk oder so ein Klang vorgestellt. Ne. Wie die Raff. Size. Ja. Oder Bangle. Ja. Ich komme nicht über den Strauß. Von der Teller oder es wird schon auf die Zige geholt. Was? Von der Teller oder es wird schon auf die Zige geholt. Theoretisch kann ich sogar ein Schwert geholt. Kann Sturm spielen. Ja. Aber egal. Kannst du auch drauf holen. Ja. Bangle ist immer Sturm. So. Aber wie könnte der Logo schon raus auf den Kanal? Die haben selbst noch mal gepasst. Aha. Wie lange dauert die Klänge zu filmen? Weil die, die aus Lo More normalerweise gehen Promos ab. Ja. Und auch nächstes Weekend kann ich den vollen Match. Und dann möchte ich irgendetwas am Schluss tun. Ist das zu verstehen? Ja. Ja. Es stinkt. Ne. Ich war nicht. Ähm. Wir heißen Gamer. Sie haben mitgebracht. Es stinkt. Ja. Ja. Wir, äh. Irgendwann sind nur Menschen, die keine Highlighter sind. Und die Lust, die nicht zu schneiden. Okay. Es gibt drei Videos. Es sind noch Promos. Was waren es? Ja. Ja. Die kommen noch mal. Die werden heute kommen, ich habe keine Lust, die Freunde zu machen. Ach. Wir kommen. Ja. Sondern merci. Sondern wir merci für den Plan. Ja. Also, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Das war beim letzten Gaming Café. Du war, ähm. 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 Vielen Dank.